Also zumindest erste kleine Überraschungen hat es schon gegeben bei den Kunsttörnerinnen. Jetzt Nicolai Mecgenaro aus Rumänien am Boot. Ein verzögert Salto rückwärts. Die obligatorische Standwaage, auch ein Pflichtteil bei der Kür. Ein Teil, der einfach aussieht und doch so schwer ist, wenn man ihn in die Vollkommenheit präsentieren möchte. Ein Schraubensalto rückwärts. Das ist der Abschluss der Todempflichtübung bei den Männern. Nicolai Mecgenaro.